Purna Trikasana, die volle dreifache Stellung. Vivian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, Langsitz, von hier gib die Beine auseinander, fasse mit den Händen an die Füße und beuge dich nach vorne. Diese ist die dreifache Stellung. Du hast die Fersen, den Kopf auf den Boden und damit drei Dinge auf den Boden. Daher Purna Trikasana, eine volle dreifache Stellung. Eine andere Bezeichnung eben für den Seitspagat in der vollen Vorwärtsbeuge. Mehr Informationen über Vorwärtsbeugen und Seitspagat auf wiki.yoga-vidya.de